Moin Moin und herzlich willkommen zum Einrichten und ersten Eindruck des Nothing Phone 2A. Das ist das neue günstigere Gerät von Nothing und soll einiges für 329 Euro bieten. Im letzten Video haben wir einmal alle technischen Daten uns angeschaut und das Gerät einmal ausgepackt. Und in diesem Video richten wir es ein und ich gebe einmal meinen ersten Eindruck und einen kleinen Vergleich mit den anderen beiden Nothing Smartphones. Wir wählen erstmal als Sprache einmal Deutsch aus, dann gehen wir einmal hier runter, Deutsch und Deutschland und dann einmal auf Start. Verbindung zum Mobilfunknetz, hier unten ist das SIM-Karten-Slot, das mache ich aber später. Jetzt verbinde ich mich einmal mit dem WLAN. So, mit dem WLAN verbunden und direkt gemerkt, der Vibrationsmotor ist wirklich stark, wirklich präzise, wirklich kräftig. Für ein günstigeres Gerät, wo da eigentlich immer sehr gerne gespart wird, merkt man das schon, dass es echt gut ist. Was aber man direkt so fühlt ist, der Rahmen an der Seite ist wirklich deutlich günstiger als beim Phone 2. Da merkt man, das ist auch ein bisschen kälter, da merkt man mehr, ja, tatsächlich dann ein höheres Qualitätsmaterial. Hier ist es einfach deutlich günstiger. So, Daten kopieren mache ich später. Informationen werden geprüft. Google-Account überspringe ich einmal. Ich möchte einmal sehen, wie ist es out of the box, aber Google-Dienste muss man einmal akzeptieren. So, jetzt können wir die Suchmaschine auswählen. In dem Fall wähle ich jetzt Google, aber hier hat man auch die Möglichkeit, zum Beispiel DuckDuckGo oder Microsoft Bing zu nutzen oder Ecosia. Hier gibt es echt einige an der Auswahl. So, Pin festlegen. Das mache ich jetzt einmal hier so, weil wir dann einmal auch den Fingerabdrucksensor einrichten können. Der sitzt auch unter dem Display. Alles, finde ich, Sachen, wo ich denke, da hätte man bei anderen Firmen bestimmt gespart, aber Nothing möchte tatsächlich mit diesem Gerät echt vielleicht einen neuen Preis-Leistungs-Killer hinkriegen. Da habe ich bei den OnePlus-Geräten immer sehr auf die günstigeren geschielt, die Nord-Geräte. Nothing könnte tatsächlich auch in diese Richtung gehen. So, Sperrbildschirm auswählen, Apps auswählen und jetzt wird das Gerät vorbereitet. Jetzt muss man den Nutzungsbedingungen von Nothing zustimmen und Programme zur Verbesserung kann man machen, muss man nicht. Ich mache es jetzt einmal erstmal. Jetzt kommen wir noch einmal in die Systemnavigation zurück zum Startbildschirm. Das kennen wir aber auch alles von Android 14. So, Nothing OS 2.5. Ich finde, Nothing hat tatsächlich in den vergangenen Jahren sehr stark daran gearbeitet, wie ihre Software einzigartig aussieht. Und das merkt man, dass sie sich da Mühe geben und auch regelmäßig Updates mit Funktionen bringen, was ja nicht bei allen Herstellern immer so der Fall ist. Nothing more, nothing less. Greifen sie mit neuen Widgets, Themen und Ordner-Layouts ganz einfach auf ihre Essentials zu. Ja, da sind die drei Glyphen, die wir hier auf der Rückseite haben. Beim Gerät einmal hier, hier und hier. So, Art der Interaktion, Anruferkennung, einzigartige Glyphen zeigen an, wer anruft. Essential Benachrichtigung, da sieht man dann zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte, wenn ich aus Gmail eine Benachrichtigung kriege, möchte ich, dass das auf der Rückseite blinkt. Dann kann man das hier einstellen. Und ein Timer, der läuft dann von oben nach unten ab. Wählen Sie Ihren Grafikstil aus. Nothing oder Voreinstellung Android. Ich möchte Nothing haben. So, und eine Richtung beenden. Aber interessant zu sehen, dass er Voreinstellung Android als allererstes auswählt. So, Gerät wird vorbereitet. Glyphen sind an. Jetzt kann ich mal hier, wenn ich da, Glyphantaschenlampe, ja, doch, hoch rein. So, Glyphantaschenlampe. Jetzt sieht man einmal alle LEDs, wie sie leuchten. Hier unten, da und da. Das ist vielleicht sogar für einigen attraktiveres Design. Äh, als das, wie es beim Phone 2 der Fall ist, wenn ich das jetzt einmal anschalte. Weil hier sieht man, sehr viele LEDs, sehr auffällig, sehr präsent im Design eingebaut. Hier ist es so ein bisschen, ja, deutlich weniger, deutlich zurückhaltender. Vielleicht für einige dann auch deutlich interessanter. Und, ähm, was mir gesagt wurde, ist, dass das das erste Design fürs Phone 1 damals war. Sie dann aber doch gesagt haben, sie würden das hier machen und nicht das hier. Ähm, jetzt hat man es dann doch verwendet. In dem Fall dann fürs Phone 2a. Und dann schauen wir uns noch einmal die Software an. So, das deaktivieren wir einmal. Wir können mal in die Glypheneinstellung reingehen. Glyphenbeleuchtung, umdrehen für Glyphen. Da kann man dann sagen, hier, ähm, wenn man das Gerät umdreht, dann schalten sich die Glyphen aus. Glyphen Timer kann man hier anstellen. Oder Komponist. Da kann man, wenn man dann jetzt die App im Google Play Store hätte, eigene Klingeltöne damit programmieren. Musik-Visualisierung, das ist stark, dass sie das jetzt tatsächlich so drin haben. Ähm, denn früher war das, äh, so eine Funktion, die musste man immer so ein bisschen behind the scenes aktivieren. Jetzt scheint sie auch fertig zu sein. Das ist sehr schön. Und Lautzeigeanzeige kann man jetzt auf der Rückseite hier machen. Also, wenn man es lauter macht, dann geht es an oder runter. Nette Spielerei kann man machen. Wir testen einmal mal die Kameras aus. Ähm, hier unten Kamera-App. Dann sag ich mal hier, so, wähle ich mal hier die Ear 2 zum Beispiel und mache ein paar Fotos. So. Okay, interessanter Sound. Den kannte ich jetzt auch noch nicht. So. Zack, mal drei Fotos gemacht. Das ist die Ultra-Weitwinkel-Kamera. Oha, der kommt auf das Licht jetzt zumindest nicht klar. Hier haben wir aber den, die Hauptkamera, äh, hier Hauptkamera, da den zweifachen Zoom, den zweifach optischen Zoom. Das sieht aber vernünftig aus. Und Zoom, finde ich, sieht auch schon mal sehr stimmig aus. Was mir ebenfalls aufgefallen ist, dass die Ränder beim Phone 2, und das wurde mir auch nochmal bestätigt, beim Phone 2a ein bisschen dünner sind als beim Phone 2. Das hat den Hintergrund, dass, wenn man hier den anderen Rahmen nutzt, ähm, das, ja, in dem Fall ein bisschen mehr braucht, äh, um das Display da irgendwie reinzukriegen, als bei dem günstigeren Rahmen. Ähm, ist in dem Fall eine nette Sache, finde ich, sieht ja auch ganz schick und modern aus. Nothing Phone 2a, erster Eindruck. Ich finde, ehrlich gesagt, dieses Gerät richtig spannend, denn auf dem ersten Blick erscheint mir jetzt gerade gar nicht so der große Nachteil. Man hat hier wirklich ein, finde ich, im ersten Eindruck gutes Display verwendet, kann man aber erst sagen, wenn man mal draußen war, in der Sonne war und so weiter, das kann ich jetzt hier schwer einschätzen, aber ich finde, auf dem ersten Eindruck und auf dem Papier liest sich das wirklich vernünftig. Den Prozessor muss ich nochmal im Alltag testen, aber ich denke, MediaTek Dementity 7200 wird für die Alltagssachen und ein bisschen darüber hinaus auch deutlich ausreichen. Die Frage ist, wie langlebig sind die Dinger, das ist bei Qualcomm zumindest vom Gefühl her immer so ein bisschen besser als bei MediaTek. Ähm, man hat hier einen guten Vibrationsmotor eingebaut, die Fotos sehen auf dem ersten Eindruck ganz schick aus, ähm, ja, die Rückseite-Spielerei ist vielleicht noch ganz spannend. Laden 5000 mAh und 45 Watt schneller hat, finde ich, ist auch eine wirklich gute Sache. Also auf den ersten Einblick und dann für den Preis von 329 Euro, finde ich, ist das echt ein attraktives Gerät. Und ich bin mal gespannt, ähm, ja, ob man dann sagt, okay, Leute, ihr braucht eigentlich gar nicht vom 2 zu greifen, denn die meisten Sachen habt ihr auch einfach hier für deutlich weniger Geld. Ähm, beziehungsweise ob das nicht sogar auch ein starker Konkurrent zum Pixel 8a werden könnte. Ähm, wenn man jetzt das von den Updates bedenkt, dass Google da drei Jahre mehr gibt, ähm, aber vielleicht, ja, zum Beispiel in der Leistung hinterherhängt. Also, da bin ich wirklich gespannt, wie sich dieses Gerät dann im Alltag, ja, testen wird. Aber das war's erstmal zum Einrichten und ersten Eindruck des Nothing Phone 2a. Habt ihr Fragen, was wollt ihr im Test haben? Ähm, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ich probiere alles mit einzubauen. Ja, und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund und tschüss. Hahaha